Durch Total Waste Management werden Abfälle zu einem wertvollen Gut Ihrer Produktion. Richtiges Abfallmanagement ermöglicht es Ihnen, anfallende Abfälle in der Produktion effizient, sicher und rechtskonform zu entsorgen, Abfallmengen zu reduzieren und gleichzeitig hochwertige Stoffe zu recyceln. Wir bieten Ihnen einen ganzheitlichen Ansatz. Beginnend bei der Analyse klären wir, wo bei Ihnen wertvolle Ressourcen verschwinden. Anschließend erstellen wir Ihnen ein Abfallwirtschaftskonzept und kümmern uns um Ihr innerbetriebliches Abfallmanagement. Von einheitlichen Behältersystemen, für die sortenreine Sammlung, über die Abfallbewertung bis hin zur administrativen und operativen Abwicklung durch unser geschultes Fachpersonal. Dabei achten wir natürlich auf die Gegebenheiten vor Ort. Dank unserer selbst entwickelten Abfallmanagement-Software DAWIC ist die transparente Darstellung aller Stoffströme garantiert. Perfekt für die direkte Zuordnung von Kostenstellen und einfaches Erstellen von einer Jahresabfallbilanz. Könnten Sie… Ja klar können wir auch das außerbetriebliche Abfallmanagement für Sie übernehmen. Zeitnahe Abtransporte, optimale Verwertung der Stoffe, Sicherheit in den Prozessen und Überwachung der Entsorgungswege. Lassen Sie uns Ihre Ressourcen gemeinsam sinnvoll nutzen.